Der Baden Time bei Mankoi. Hallo, ich bin Bau. Heute machen wir Baden Time. So ist das. Ich habe Angst baden, weil ich habe nur gelogen, ich habe keine Angst schwimmen. Ich gehe ein kleines Becken im Bad. Das wollen wir gerne. Das gucken wir. Los geht's. Oh, nein. Ich bin spät. Mein Baden Time. Wir sind heute Baden Time. So geht es immer. Guckt ihr. Der fritzende Nikolaus kommt bald. Das seht ihr. Sonntag und 10 Uhr habe ich bald der Wurstfahrtag gesagt. Am Abend. Weißt ihr noch? Oder? Stell doch an. Nein. Das habt ihr verpasst. Wir sind jetzt da. Heute geschlossen. Draußen war es leider geschlossen wegen kalt. Warum ist es kalt? Weil heute die Luft kalt wird. Da trage ich auch meine Jocke. Oh, nein. Ich schaffe das nicht. Oh, nein. Wir sind jetzt da. Wow, da ist niemand. Ich habe doch ein bisschen Angst. Ich gehe meinen Raum anziehen. Ich bin gleich. Hallo, ich bin mir gleich. Das habe ich keine Angst. Los geht's. Ja, es ist kalt. Es ist nur kalt. Oh, ich schwimme. Oh, hier ist Schwimmbad. Hier sind wir. Ich bin sehr geschockt. Puha Huah. Hier ist toll aussieht. Aber es ist toll. Aber toll aussieht. Aber mir ist kalt. Huch! Es ist doch sehr kalt. Deshalb sehr gefroren. Das ist becken. Es ist kein Becken. Heiß. Oh! Oh. Ich Qué e sicht. Ich anzieh's schneller, weil ich bin sehr kalt. Los geht's. Das geht nicht auf. Geschafft. Ich kaufe dir ein Becken. Danke, das Becken. Los geht's. Ich habe ein Becken gekauft. Das ist toll. Vergessen. Leider geschlossen. Leider verkauft. Ich freue mich zu wollen, aber ich bin traurig jetzt. Okay. Ich weise jetzt. Ich habe kein Badehaus. Ja, Dusche. Ich habe ein Badehaus. Das macht toll. Jetzt gehe ich raus. Das macht sehr toll. Auf den Schloss. Los geht's. Schiebt das neue Spiel. Baumkuhl. Es geht das neue Spiel. Hüpfen. Fahren. Es spielt die neue. Baumkuhl. Bitte abwickeln unbedingt. Baumkuhl. Rettet den Nikolaus. Am Sonntag um 10 Uhr. Nur im YouTube. Bitte.